Aufgemuckt. Die Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik. Präsentiert von Marion Eil. In der zweiten Ausgabe unserer Sendereihe Aufgemuckt steht die Schauspielabteilung der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien, kurz MUC, im Mittelpunkt. Dort studiert im vierten Jahrgang Benedikt Paulun. Er hat vor kurzem einen sehr begehrten Schauspielerpreis gewonnen. Vorhang auf für den Nestroi-Preisträger Benedikt Paulun. Ich hatte nie ein Gehirnskrieg auftaucht. Wir seien es für eine Weile überließ. Benedikt Paulun wurde bei der diesjährigen Verleihung der Nestroi-Preise zum besten männlichen Nachwuchsschauspieler 2015 gewählt, für seine Rolle als Max in Rodman Philbricks Stück Freak im Theater der Jugend. Das war soeben eine ganz kurze Kostprobe aus dem Trailer zu Freak, der auf der Homepage vom Theater der Jugend zu sehen ist. Seit dem Jahr 2000 werden mit dem Nestroi herausragende Leistungen Wiener und anderer österreichischer Bühnen gewürdigt. Laut Thomas Birkmeier, Direktor des Theater der Jugend, zeichne Benedikt Paulun eine seltene Gabe aus. Nicht nur eine für sein Alter verblüffende Ernsthaftigkeit, sondern vor allem eine Unvorstelltheit, die man suchen müsse. Er lüge nicht auf der Bühne. Was hat sich denn seitdem im Leben des Nestroi-Preisträgers und Muck-Studenten Benedikt Paulun getan? Naja, direkt danach Intendanten vorsprechen, also diese Tour oder Vorspiel. Jetzt gerade Produktion von Peilmann, Peter Handke. Das Stück heißt, die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rande der Landstraße. Ja, Peter Handke, Uraufführung, da bin ich jetzt gerade. Das hat sich nicht getan. Ansonsten nichts eigentlich. Also wie gesagt, Proben reicht ja. Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße. Klaus Peilmann inszeniert seine mittlerweile fünfte Peter Handke Uraufführung am Burgtheater. Die Premiere ist am 27. Februar. Auf das Intendanten vorsprechen, werden wir später noch zurückkommen. Den Schauspielstudiengang auf der Muck, der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, leitet Caroline Exner. Für uns ist das natürlich wunderbar. Ich denke, das ist auch eine schöne Auszeichnung für die Universität als Ganzes, weil man sich bestätigt fühlt in der Arbeit der letzten Jahre. Natürlich ist es so, ich selbst bin ja erst seit zwei Jahren Studiengangsleiterin und man baut selbstverständlich auf die Arbeit der Vorgänger auf. Und wenn sich solche Erfolge einstellen, ist das großartig. Natürlich nicht nur für den einzelnen Studenten. Ich gratuliere Benni natürlich auch oder habe es dann im Abend direkt getan, sondern auch für die anderen, weil sie einfach sehen, da tut sich was im Institut und es lohnt sich hier zu studieren und wir werden auch wahrgenommen innerhalb der Stadt Wien. Und natürlich bekommen auch gerade viele Kollegen, der Benni hat jetzt sehr bescheiden reagiert auf das Ganze, aber viele Kollegen kriegen das natürlich mit, dass jetzt ein Student auch unserer Institution ausgezeichnet wurde. Und ja, das lenkt den Blick nochmal anders in unsere Richtung und es profitieren auch andere Studierende davon, weil einfach mehr Angebote auch an die Studenten herangetragen werden. Benedikt Paulun wurde 1990 im deutschen Pfaffenhofen an der Ilm geboren. Was hat ihn nach Wien an die MUC geführt? Eine ehemalige Studentin, die Catherine Dumont, das ist meine beste Freundin, die ist einen Jahrgang über mir. Und die hat gesagt, ja, bei mir in der Schule, da ist jetzt gerade extra nachsprechen nur für Männer. Und weil ich gerade in meiner Vorsprechzeit da war für die Schulen, bin ich hierher gefahren und ziemlich spontan alles. Und dann musste ich in zehn Tagen umziehen von Saarbrücken nach Wien. So kam ich nach Wien. Vorher hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Vor dem Vorsprechen war viel Schule. Dann wollte ich mein Fachabitur in Sozialwesen machen. Also es ist ein fachspezifisches Abitur. Das gibt es in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in Österreich das gibt. Und dann gibt es dieses Kinder- und Jugendtheater, Theater über Zwerg in Saarbrücken. Das ist das größte in Saarland und Rheinland-Pfalz. Und da habe ich ein Jahrespraktikum gemacht, weil man in der Schule damals bei diesem Fachabitur für Sozialwesen im ersten Jahr drei Tage Praktikum hat und zwei Tage Schule. Und da brauchte ich ein soziales Praktikum. Und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, geh doch mal da hin. Und dann war ich da. Dann habe ich da, ich war da Mädchen für alles. Ich habe in jedem, im Kleinen zwar, aber in jedem Beruf fast, den es am Theater gibt, schon mal reingeguckt. Also wie gesagt, von der Arbeit mit Jugendlichen bis zum Geschäftsführer, jetzt nicht wirklich, aber halt mal mir so ein paar Sachen angeguckt. Die haben mir viel gezeigt, viel beigebracht. Ich habe ganz viel in der Technik gearbeitet. Womit sich ja ein wenig der Kreis schließt, da Benedikt Paul und seinen Nestoi für eine Rolle in einem Theaterstück für Jugendliche erhalten hat. Ich finde das immer großartig. Ich mag das einfach. Die Jugendlichen oder Kinder, die haben noch nicht dieses, die haben noch nicht so viel gesehen. Also die sind noch, oder wenn dann, ah nee, dreh dich um oder Achtung oder sowas. Also je nachdem, welches Alter man hat. Oder wenn es die Jugendlichen sind, die gar keinen Bock drauf haben und man das am Ende vom Stück geschafft hat, dass die dann irgendwie darüber reden oder sagen, es ist besser als Fernsehen oder was auch immer halt. Das ist schon gut. Also das ist schon, das ist schon ein richtig gutes Gefühl. Kann er sich noch an sein Vorsprechen erinnern, an der MOOC? Boah, was habe ich denn? Also auf jeden Fall Cyrano de Bergerac, Heiner Müller der Auftrag, Anton Tschechow der Bär, also der eingebildet Kranke, Thomas Diaphorie heißt der. Das war's. Das waren so die Sachen, die ich auf den Zettel geschrieben habe. Caroline Exner, Schauspielstudiengangsleiterin an der MOOC, zu den Themen Zulassungsprüfung und Auswahlverfahren. Mir ist es eigentlich wichtiger, weniger Studenten auszubilden. Im Moment haben wir in den Jahrgängen jeweils vier Mädchen, vier Burschen. Wir würden auch auf zehn raufgehen, aber acht bis zehn maximal, weil mir wirklich wichtig ist, jeden Einzelnen sehr gut zu betreuen, jedem wirklich die Möglichkeiten zu geben, sodass ich mir denke, lieber weniger Studenten und die richtig gut betreuen und vor allem auch wirklich gucken, dass man die hinterher in irgendeiner Art und Weise gut ins Berufsleben schickt. Das heißt nicht, dass sie alle in feste Häuser gehen. Wollen die auch zum Teil gar nicht mehr. Das Berufsbild verändert sich ja sehr. Aber ich möchte sozusagen wirklich gucken, dass jeder seine Chance und seinen Platz hat und auch den optimalen Unterricht bekommt im Laufe der Ausbildung. Zwischen 250 und 300 Personen bewerben sich in der Regel für die Schauspielaufnahmeprüfung an der MOOC, der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien. Also natürlich sucht man auch das junge Talent, Studenten, die noch ganz frisch zu uns kommen, noch ganz neugierig sind. Aber für mich ist es auch durchaus denkbar, dass Studenten kommen, die schon ein bisschen was erlebt haben, die schon ein gewisses Weltbild mitbringen. Es ist für mich auch durchaus okay, vor allem auch gerade bei den Männern, wenn sie schon studiert haben, wenn sie schon ein bisschen was mitbekommen haben vom Leben und nicht so direkt aus der Schule zu uns plumpsen. Wobei diese Studentinnen gibt es auch und das ist auch natürlich bezaubernd, wenn man einen ganz jungen Menschen ausbilden darf. Aber ich denke mir dann letztendlich, gut, nach vier Jahren wollen sie wirklich in den Beruf damit. Das ist ja kein Hobby, sondern sie gehen in den Beruf und sie wollen ihr Geld damit verdienen, ihr Lebensunterhalt und sie werden diesen Beruf, wenn es gut geht, über viele, viele Jahre ausüben. Und das heißt eben, wie gesagt, es sollen Studenten sein, die einen Zugriff auch haben auf die Welt, die eine Idee haben, was sie überhaupt erzählen wollen, was sie interessiert, die nach Möglichkeit auch schon in Kontakt gekommen sind mit Theater, vielleicht so eine Idee haben, was sie am Theater überhaupt interessiert. Das kann sich dann wieder ändern im Laufe der Ausbildung, die einen großen Gestaltungswillen haben, szenische Fantasie und auch eine Liebe zur Literatur und zum Text natürlich mitbringen. Diese Vorsprechen dauern ja wirklich fünf Tage. Also wir teilen uns auf in der ersten Runde vor allem. Also es sind dann drei Kommissionen, die parallel arbeiten, sich jeden Studenten anschauen, sich für jeden Studenten sehr viel Zeit nehmen, auch in der ersten Runde schon beginnen, mit dem zu arbeiten, um auch rauszufinden, wie gut sind die vorbereitet worden. Also manchmal sind Studenten top und man kommt relativ schnell drauf, die sind hochgezüchtet, die sind in irgendwelchen Vorbereitungskursen gewesen. Andere Studenten sind vielleicht noch ganz unbedarft, aber man sieht so etwas wie eine Präsenz oder so eine Neugier auf die Bühne zu gehen. Da muss man ein bisschen kitzeln schon in der ersten Runde, damit man zu diesem Moment kommt, wo man was sieht. Diese ersten drei Tage sind sehr intensiv für alle Beteiligten. Und dann in diesen Unterkommissionen wird dann entschieden, welcher Student in die zweite Runde kommt. In der zweiten Runde kommen schon alle, das ganze Kollegium zusammen. Und man stellt sich gegenseitig die Studenten vor, die man glaubt entdeckt zu haben. Dort wird nochmal sehr intensiv gearbeitet mit den Leuten über zwei Tage. Und dann am dritten Tag haben wir so verschiedene Stationen, Sprechen, Gesang, wir führen Einzelgespräche auch, die sind mir persönlich auch sehr wichtig, mit jedem wirklich 15 bis 20 Minuten ins Gespräch zu kommen. Und es gibt verschiedene Improvisationen, also man sieht wirklich sehr, sehr viel. Und dann gibt es eine heftige und lange und intensive Diskussion, wer denn nun diese acht Studenten sind, die wir dann aufnehmen. Und das hängt natürlich dann auch in letzter Konsequenz immer wieder davon ab, wie so eine Klasse sich auch zusammenstellt. Wo gibt es Typüberschneidungen? Wie gesagt, wir müssen bei der Aufnahmeprüfung schon im Blick haben, dass diese Studenten in vier Jahren in den Beruf wollen. Die nächsten Schauspiel-Zulassungsprüfungen an der MUK sind Anfang April, Anmeldeschluss ist der 18. März. Was für ein Typ ist denn Nestor-Preisträger Benedikt Paulun? Am besten nicht einer, glaube ich. Ist schwierig, weiß ich noch nicht, was für ein, also am besten nicht einer. So im ersten oder zweiten Jahr habe ich relativ viel, also im ersten Jahr auch nicht, aber im zweiten Jahr habe ich relativ viel Komik gemacht, so, aber ab dann wurde es anders, so, also, naja, existenzieller, so, was auch super ist. Jetzt kriege ich wieder ein bisschen so, wo ich merke, jetzt würde ich gerne nochmal was Lustiges machen oder was Komisches machen, aber das kommt dann halt immer auf den Dozenten an. Man bespricht sich ja mit dem Dozenten. Also jeder bringt Vorschläge und dann guckt man, dann wird darüber diskutiert. Zeit für eine Kostprobe. Benedikt Paulun als Saint-Just in Georg Büchners Drama D'Anton's Tod. Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut nicht wohl vertragen können. Einige allgemeine Betrachtungen mögen sie davon überzeugen, dass wir nicht grausamer sind als die Natur und als die Zeit. Die Natur folgt ruhig und unwiderstehlich ihren Gesetzen. Der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihnen in Konflikt kommt. Eine Veränderung in den Bestandteilen der Luft, ein Auflodern des tellurischen Feuers, ein Schwanken in dem Gleichgewicht einer Wassermasse und eine Seuche, eine Überschwemmung. Begraben Tausende. Was ist das Resultat? Eine unbedeutende, im Großen Ganzen kaum bemerkbare Veränderung der physischen Natur, die fast spurlos vorübergegangen sein würde, wenn nicht Leichen auf ihrem Wege lägen. Ich frage nun, soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische? Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, was die ganze Gestaltung der moralischen Natur, das heißt der Menschheit, umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Eine Hörprobe, die im Rahmen des Synchronisations- und Studiosprech-Workshops aufgenommen wurde, Benedikt Paulun als Saint-Just in Büchners Drama D'Anton's Tod. Paulun studiert Schauspiel im vierten Jahrgang an der MUC. Da ist dann noch Bachelorarbeit und Bachelor-Show und noch eine schöne Jahrgangsinszenierung und noch ein Film wird gedreht. Es gibt noch so viel zu tun in dem letzten Studienjahr. Für mich ist das Studium allgemein auch, neben dem handwerklichen Aspekt, für mich persönlich, es ist auch, man beschäftigt sich wahnsinnig viel mit sich selber. Das ist ein Muss. Und da lernt man wahnsinnig viel. Also ich kann jetzt nicht, also einfach über sich selbst lernt man wahnsinnig viel. Wie, wie, also Körper oder auch vom Kopf her, wie gehe ich mit Situationen um, mit Kritik. Also ganz einfach, im Grundlagenunterricht. Da ist ja natürlich, man geht nicht sofort auf die Bühne und kann alles. Sondern dann wird auch gesagt, da war nichts oder so. Also je nachdem. Aber damit auch umzugehen, das ist ein Lärmprozess und das ist ganz viel über sich selber. Und man denkt auch ganz viel über sich selber nach. Und das allein über den Körper oder über seine Stimme so oder ja, oder auch einfach so. Also man kommt ganz schnell ins Nachdenken über sich selber, was wahnsinnig wichtig ist, finde ich. Zum Beispiel, man geht viel, man ist viel selbstbewusster. Man ist viel offener. Also so war es bei mir. Man ist viel offener mit anderen Personen. Man kommt schneller ins Gespräch oder man traut sich Sachen, die man vorher nicht gemacht hat. Also jemanden ansprechen irgendwo oder so. Also es sind so Kleinigkeiten, die viel selbstverständlicher dann werden. Und das ist super. Oder man nimmt die Welt auch ganz anders wahr, wenn man dann irgendwie Bewegungsunterricht, Aikido oder sowas hat. Weil das hat ja alles irgendwo seinen Sinn und seinen Zweck und dann gibt es andere Schwerpunkte und auf einmal merkt man, dass jemand hinter einem steht, wo man vorher eigentlich so durch die Straßen gelaufen ist oder sowas. Also das waren so im ersten Jahr, war das ganz, ganz viel, was ganz toll ist. Warum ist Benedikt Paul und eigentlich Schauspieler geworden? Was fasziniert. Also das ist, das ist eine richtig schwere Frage, weil es so viele Sachen einfach gibt. Und da gibt es so viele Klischeeantworten. Naja, also das Nicht-Einer-Sein, das, also speziell jetzt im Theater, finde ich immer die Atmosphäre, das hat immer irgendwie, das hat immer irgendwie was. Also das ist immer so, man schließt sich ein für mehrere Stunden oder Wochen oder Monate in einem Raum und dann macht man da und probt und dann entstehen Freundschaften, am besten natürlich. Geht auch anders, aber so das Gemeinsame und immer und dann, wenn es rauskommt, das mit dem Publikum auch. Also da gibt es so viele, also dass man, ja da gibt es so viele Sachen einfach, das ist so schön. Also und man ist nicht so, man muss sich ja nicht so speziell irgendwie in den Rahmen fassen als Schauspieler. Man kann synchron sprechen, man kann Hörbücher einsprechen, man kann Theater machen, man kann Film machen, man kann mit Jugendlichen arbeiten, man kann so viele Sachen machen und das ist, glaube ich, das Tolle daran. Also das, das ist, glaube ich, na das ist, ja das ist der größte und schwerste Punkt für mich. Man ist nicht so festgelegt, man muss nicht, also wenn man Maurer ist, dann maurert man oder so, aber, naja auch nicht, aber ja, man ist so breit aufgefächert nach einer Ausbildung oder auch wenn man keine hat, aber man ist so schön, schön breit aufgefächert und man kann so vieles damit anstellen. Und wie wird man an der Muck zum Schauspieler ausgebildet? Caroline Echsner? Wir laufen ja sowieso seit zwei Jahren mit zwei Schienen parallel, also ich habe, seit ich gekommen bin, den Bereich Film sehr stark ausgebaut und das heißt, dass bei uns die Schauspieler im ersten Jahr ausschließlich für die Bühne ausgebildet werden und es gibt hier eine Grundlagenlehrerin. Wir haben auch jetzt seit zwei Jahren eine Grundlagenlehrerin fix im Team, vorher haben auch die Grundlagenlehrer oft gewechselt, was schwierig ist, weil dann jeder Jahrgang auf etwas anderes aufbaut. Jetzt haben wir eine Grundlagenlehrerin und die unterrichtet den ersten Jahrgang durchgehend in der Gruppe für den Bereich Bühne. Und dann ab dem zweiten Jahr kommen zunächst einmal vor allem Zweierszenen dazu. Manchmal, wenn es sich ausgeht, machen wir auch Dreierszenen oder vielleicht sogar mal eine Viererszene, aber im Wesentlichen Zweierszenen und so zum Sommer hin des zweiten Jahres beginnen sie dann auch mit dem Monologstudium. Und dann wechselt sich das eigentlich ab oder läuft auch oft Parallelszene und Onolog. Eine Arbeitsphase dauert so circa sieben bis acht Wochen. Dann haben wir eine Werkschau-Institut zu internen, wo wir uns gegenseitig die Szenen zeigen, wo das ganze Kollegium zusammenkommt, auch Bewegungslehrer, Sprechlehrer, Musiklehrer. Wir uns die Szenen anschauen und im Team diskutieren, was wir gesehen haben, was das Ziel war jetzt in dieser Arbeitsphase, was wir glauben, was gut aufgegangen ist, woran noch weitergearbeitet werden muss. Und dementsprechend werden die Studenten dann eingeteilt bei den anderen Dozenten. Also es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, es wäre gut, wenn dieser Student in eine bestimmte Richtung geht, zum Beispiel nochmal sich intensiver mit dem Bereich Komik auseinandersetzt. Dann haben wir bestimmte Dozenten, die sehr gut sich damit auskennen. Wir haben auch sehr viele österreichische Studenten, dass wir sagen, es wäre gut, wenn wir hier in den Schwerpunkt österreichische Literatur gehen. Da arbeiten wir dann vor allem natürlich auch mit österreichischen Dozenten zusammen. Also wir entscheiden auch sehr oft im Team, wer mit wem, bei wem dann unterrichtet werden soll. Das funktioniert sehr gut und ist auch sehr fördernd für die Zusammenarbeit zwischen den Dozenten. Das ist die Bühnenausbildung, die dann natürlich, was du vorhin schon erwähnt hast, im Intendantenvorsprechen mündet. Allerdings auch nach dieser Vorsprechrunde, die wir machen im Herbst des vierten Jahres. Danach geht es weiter mit Szenen und Onolog. Und wir machen verschiedene Schauspielprojekte und das Ganze endet in einer großen Abschlussinszenierung. Dieses Jahr machen wir eine Nestreu-Überschreibung im Tag mit Gernot Plaß zusammen. Und ab dem zweiten Jahr, parallel dazu, beginnt auch die Filmausbildung. Das ist neu an der MUC. Und hier haben wir wirklich einen durchgehenden Unterricht, Grundlagenunterricht, Film und Kamera. Das heißt, die Studenten ab dem zweiten Jahr haben jede Woche tatsächlich Kameraarbeit. Sie drehen ab dem zweiten Jahr Showreels. Sie arbeiten mit Castern zusammen. Es kommen auch Filmregisseure von außen, die mit den Schauspielern regelmäßig Projekte machen. Und im vierten Jahr macht man dann sowohl eine Abschlussbühneninszenierung als auch einen Abschlussfilm. Da kommt dann ein externer Regisseur. Jetzt kommt der Oliver Hafner. Das ist ein junger Regisseur aus Deutschland, dessen Film Ein Geschenk der Götter jetzt viel in den Kinos war. Der schreibt extra ein Drehbuch auf für diesen Abschlussjahrgang. Und dieser Film wird dann, das ist dann natürlich ein Kurzfilm, wird dann mit diesem vierten Jahrgang produziert. Genau. Was hat es denn nun mit dem Intendantenvorsprechen auf sich? Ende Oktober fing das bei uns an. Und dann werden die Szenen und Monologe, die man in den drei Jahren bis dato gemacht hat, dann setzen sich alle zusammen mit der Regisseurin oder mit dem Regisseur, der dann dieses Intendantenvorsprechen zusammenbaut aus diesen verschiedenen Szenen und Monologen und Liedern. Dann bespricht man, was man macht. Und dann wird das, dann probt man zusammen und dann wird daraus ein Abend gemacht, sodass jeder hat zehn Minuten Zeit. Monolog und Szene und Lied und dann wird das so zu einem schönen Abend zusammengebaut. Ja, also wir waren ja auch in vielen Städten. Hier in Wien sind natürlich viele aus Wien gekommen, ganz klar. Und haben das Programm zweimal hier im Theater von der Muck gezeigt. Danach wurden wir eingeladen nach Linz. Dort war das Linzer Theater und das Salzburger Landestheater war auch dort. Dann sind wir von da aus weitergefahren nach München, um uns der ZAV vorzustellen. Die ZAV ist die zentrale Arbeitsvermittlung in Deutschland, die die Studierenden in ihre Kartei aufnimmt. In München waren vor allem Caster. Dann sind wir von da aus weitergefahren nach Frankfurt, weil ein Student, der Burak, aus Frankfurt kommt. Und wir haben eigentlich ein bisschen eher vor seiner Großfamilie gespielt, aber wir hatten viel Spaß. Vor allem war es so, dass die Martha Kissemar ja gerade am Burgtheater spielt und nicht mitkommen konnte auf die IFO-Tour. Und dann war Frankfurt für uns ganz gut, weil wir das Programm einmal ohne sie proben konnten. Dann sind wir von Frankfurt weiter nach Neuss gefahren. In Neuss ist das zentrale Vorsprechen aller deutschsprachigen Schauspielschulen. Da melden sich ganz viele Intendanten eben aus dem deutschsprachigen Raum an, auch viele Caster. Und dann sind wir noch nach Berlin weitergefahren, ans Krips Theater, haben uns da noch vorgestellt. Und am Krips waren vor allem auch wieder Filmemacher und haben sich das Programm angeschaut. Dann sind wir wieder zurück nach Wien gekommen und haben gedacht, ach so, als Abschluss nochmal einmal in der Josefstadt. Und in der Josefstadt sind sehr viele Kollegen gekommen, auch viele freischaffende Regisseure, viele auch aus dem Bereich Sommertheater. Es waren aber auch einige Intendanten da, zum Beispiel die Bettina Hering ist nochmal gekommen. Und auch sonst habe ich viele Kollegen gesehen. Und es ist ja auch oft so, dass vor allem Schauspielkollegen weiter empfehlen. Also es muss gar nicht unbedingt immer der Intendant oder der Dramaturg sein. Wir haben uns gefreut dieses Jahr, waren viele Dramaturgen auch vom Burgtheater da. Das freut uns natürlich, dass wir wahrgenommen werden. Aber es freut uns auch eben, wenn andere Kollegen kommen und einfach unsere Studenten auch weiterempfehlen. Auch seine Rolle im Stück Freak im Theater der Jugend ging eine Empfehlung voraus, erzählt Benedikt Paulun. Das war im zweiten Jahr hat mich eine Dozentin, die Susi Stach, dem Thomas Bilkmeier empfohlen oder vorgeschlagen, weil der suchte, hat einen so einen Typ gesucht wie mich. Und dann haben wir das abgesprochen. Ach nein, ich musste ja nur vorsprechen, das habe ich ganz vergessen. Naja, das ist alles ein bisschen. Musste ich vorsprechen bei dem Regisseur, der das dann gemacht hat und bei Thomas Bergmeier. Und dann kam die Zusage und dann haben wir das abgesprochen und dann, ja, so kam das dazu. Also auch über eine Dozentin. Und ich wollte gerade noch sagen, zu dieser Zusammenarbeit mit den Theatern, mir ist das halt auch sehr wichtig, weil wir ja keine Regieausbildung haben. Es gibt ja viele Schauspielschulen mit Regieausbildung. Und das heißt, dass dort die Studenten ja während der Ausbildung ganz viel in Regiehörerprojekten auch spielen können. Das haben wir nicht. Das ist auf der einen Seite vielleicht ein Nachteil. Der große Vorteil ist aber, dass wir gezwungen sind, schon während der Ausbildung zu gucken, dass unsere Studenten auch draußen spielen. Das ist natürlich immer so eine Mischung. Also auf der einen Seite sollen sie sich konzentrieren auf die Ausbildung und auf der anderen Seite sind wir darauf angewiesen, sehr viele Kontakte zu knüpfen und zu sagen, die Studenten sollen raus, die sollen im Theater der Jugend spielen, die sollen im Dschungel spielen, die sollen, weiß ich nicht, in St. Pölten spielen und so weiter und so fort. Und dadurch entstehen in der Ausbildung sehr viele Kontakte, die dann natürlich wichtig sind, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Caroline Exner, Schauspielstudiengangsleiterin und Dekanin der Fakultät Darstellende Kunst an der MUC, hat unter anderem ein Regiestudium am Max-Reinhardt-Seminar in der Klasse von Achim Benning absolviert. Was mir noch wichtig ist eigentlich, dass ich denke, wir haben jetzt viel über Bühne und über Film gesprochen, dass es mir wirklich auch darum geht, insgesamt die Studierenden zu wirklich eigenständigen Künstlern auszubilden. Und die MUC ist ja noch eine sehr junge Universität und die Fakultäten gibt es auch noch nicht so lange und die Fakultät Darstellende Kunst ist auch noch nicht so alt. Und das finde ich sehr schön, weil bei uns das interdisziplinäre Arbeiten und das Zusammengehen auch mit den Tänzern, mit den Musical-Leuten, auch zum Teil mit den Musikern, also über die Fakultäten hinweg, sehr gut funktioniert. Und die Studierenden auch damit ein erweitertes Berufsfeld kennenlernen, wie sie es, glaube ich, an vielen anderen Institutionen so nicht haben. Und parallel auch zum Beispiel der Alexander Götz, der kaufmännische Direktor der Jusestadt, der macht ja bei uns auch eine Lehrveranstaltung, wo die Studierenden wirklich lernen, sondern wenn ich ein eigenes Projekt auf die Beine stelle, was muss ich bedenken? Vom Urheberrecht über das Aufführungsrecht, Veranstaltungsorte, Gelder ausstellen, Sponsoring und so weiter, dass sie auch, wenn nämlich nicht das große Theater hinterher anruft oder nicht sofort der Hollywood-Film kommt oder was auch immer, dass wenn sie eigene Ideen haben, die sie künstlerisch umsetzen wollen, dass sie wirklich wissen, wie packe ich es an? Und das finde ich etwas sehr, sehr Spezielles, auch unserer Universität. Wir sind am Ende der zweiten Ausgabe der Reihe Aufgemuckt, die Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien auf Radioklassik angelangt. Meine Gesprächspartner waren dieses Mal Caroline Exner und Benedikt Paulun. Er wurde bei der diesjährigen Verleihung der Nestoi-Preise zum besten männlichen Nachwuchs-Schauspieler 2015 gewählt. Bei der Rede bin ich von Anfang durchgegangen. Also so die wichtigsten Stationen, Mama, Papa, Schwester natürlich, dann das Kinder- und Jugendtheater und die die nächstgrößere oder die nächste Station, die das ermöglicht hatte oder überhaupt ermöglicht hat, war die Muck. Und ohne die wäre ich ja gar nicht da hingekommen. Also wäre ich gar nicht ans Theater der Jugend gekommen, hätte ich vor allem nie Susi Stach kennengelernt, die hätte mich nicht empfohlen. Ich hätte nicht diese Ausbildung bekommen, die ja noch nicht fertig ist. Aber ja, also wäre nicht möglich gewesen ohne die Muck. Aufgemuckt. Die Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien auf Radioklassik. Präsentiert von Marion Eil.